Hallo Leute, heute kommt ein Video raus mit einer neuen Serie sozusagen und zwar vor einem WG. Es gibt eine WG, einmal eine hier und einmal hier eine. Die haben beide den selben Garten und so, das ist eine einer WG, die kann nur einmal leben, weil da habe ich nur ein Bett reingestellt und könnten, weil ich hatte kein größeres mehr. Und dann hier eine, wo mehrere sein können, ja, versteht schon Leute, ja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf jeden Fall noch die Fohlen aussuchen. Dann werden wir einmal das zur Auswahl, das, dieses kleine, das und dieses, habe ich noch irgendwo eins? Nö, das waren alle. Zwischen denen ihr euch entscheiden könnt, ihr könnt aber auch sagen, ich möchte, ihr würd alle haben. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Und darum, heute für das erste Video suche ich mal aus, weil ihr noch keine einschreiben könnt. Ja. Ja. Und los, dann, okay. Und dann lasst euch mal überraschen und los geht's. Leute, ich habe eben noch die zwei gefunden, also ich könnte auch, das ist ein guter Tee. Und gleich geht's. So, Hallöchen, Leute. Mir gehört diese Frau im Wigel und gleich sollten die den ersten Kinder eintreffen und ihren Eltern. Okay. Wir warten jetzt mal. Mami, wann sind wir endlich da? Wir sind jetzt da. Schau doch. Ja, es steht ja schon. Du darfst doch schon mal hin, wenn du willst. Okay, Mama, mach ich. Mama, warum bist du denn umgefallen? Mama? Mama? Ich schlafe nur. Geh ruhig weiter. Okay, du schläfst immer eigentlich irgendwie überall. Hallöchen, meine Mama schläft gerade noch. Ja, ich bin schon mal hier. So, ich bin auch da. Da ist deine Mutter auch schon. Ach, wieso schläfst du eigentlich immer und überall? Weil ich Lust hab. Oh, ich hasse mit diesem Teppich. Hier bleiben nie Pferde stehen. Okay. Ähm, irgendwelche Allergien oder so? Nö, überhaupt keine. Gut, dann kann sie schon mal. Dein Ernst? Du bist jetzt auch einfach eingeschlafen? Ja, genau. Was beschuldigst du mich immer, dass ich immer irgendwo einschlafe? Ich bin einfach gestülpert oder so. Keine Ahnung. Und tschüss. Oh, die ist voll cool, die WG. Gut, okay, dann geh ich jetzt mal. Oh, da hinten sind ja schon die Nächsten. Sind so Papi. Wir sind jetzt da, oder? Ja, ihr dürft schon vorrennen. Wir haben auch übrigens keine Allergien oder so. Also, ja. Wir können auch einfach reingehen, oder? Wir besprechen dann die üblichen Sachen, also die restlichen Sachen an unserem Set, oder? Ja, das mache ich. Ihr geht dann da vorne oben rein. Okay. Junge, das ist so cool hier. Nicht wahr, Lohem? Ich war Bruder. Ja, voll cool und Schwestern, ne? Gell? Ja. Vor allem, schau dir das mal an. Wie schön. Schau mal. Ihr könnt sogar da hinten aufmachen. Geh mal hin und mach auf. Okay. Schau mal, wie schön. Hey, lass bitte zulassen. Ihr könnt runterfallen. Okay, dann mach ich wieder zu. Das habt ihr gut gemacht. Ihr seid sehr brav. Wissen wir doch. Ach, ja, ganz genau. Ja, zu Lungenweilschauer gehen. Ich habe meine Kinder hier doch schon beantwortet. Nein, haben sie nicht. Und ja, sie können alles zu essen geben. Sie vertragen alles. Sie lieben alles. Also, ja. Wenn sie Sachen mal nicht lieben, dann sagen sie das. Dann sagen die das ihnen. Soll ich dann jetzt gehen oder so? Ja, sie können ruhig gehen. Gut. Kinder, ich gehe kurz mal was essen. Okay? Und ja, eigentlich seid ihr ja auch die restliche Zeit alleine. Und ihr könnt euch auch spielen und so. Versteht ihr euch, Kinder? Ja, okay. Ja. Okay, gut. Tschüss. Okay, aber was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Komm, lass mal fragen, was der neben uns machen will. Okay. Eine Frage. Willst du mit uns zu uns rüberkommen? Okay, das mache ich doch gerne. Wartet mal. Ich komme kurz rüber. Okay? Ja. So, ich bin da. Was machen wir jetzt? Wow, ihr habt voll die coole Wohnung. Ja, aber du hast mal eine zweistöckige. Nee, aber trotzdem, ihr habt viel coolere. Ja, ich weiß. Wir wissen das. Wir sind ja aber auch zu zweit. Aber kannst du bitte rübergehen? Wir halten jetzt unseren Mittagsschlaf. Mittagsschlaf, okay. Den halte ich auch immer. Hm. Hey, du hast mir gar keinen Platz gemacht. Ey, geh mal weg. Die Seite. Oh Mann, ich mag es aber gerne, mich so hinzulegen. So habe ich genauso wenig Platz. Wir brauchen ein zweites Bett. Wir können ja mal fragen, ob die uns eins holen dürfen. Leute, ich gucke mal, ob ich ein zweites Bett oder so finde. Wenn nicht, wenn nicht, dann gehen wir einfach das eine vor und weg machen. Okay, Leute. Gut, dann such ich jetzt erst mal. Leute, ich musste improvisieren. Man muss den Teppich von dort unten drunter hier hinlegen, damit der auch so ein Pet hat. Weil sonst wäre es nicht geklappt, weil das ist einfach nicht egal. Ja, Leute. Ich habe folgenden Kloss auch gekauft. Der ist hier, der hier. Ja. 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 Also ich weiß nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall so sieht es aus. Kickt man in die M und los geht's dann. Weiter geht's. Schließt sie? Gut, okay. Ich kann losgehen. Es kann losgehen. So, ähm, was wollte ich jetzt noch machen? Ach, auch egal. Ist jetzt auch egal. Oh, Junge, ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Ach so, stimmt ja. Oh, gut. Ach so, ich wollte die alles sauber machen. Nicht so laut. Ich wollte die Magie sauber machen. Ich weiß ja nicht, dass die Magie auch nicht mehr egal ist. So, jetzt ist alles sauber. So, sauber, sauber, sauber machen. Ich mach alles bei dir mal, dann auch sauber. So, okay. Jetzt ist alles fertig. Jetzt geh ich mir noch was zu essen machen. Leute, das war's mit dem Video. Und schreibt mir halt mal gerne nochmal Video in den, was ich noch in das Video packen könnte. Zum Beispiel, dass er nochmal wegläuft und macht, wenn es da holt oder so. Also, keine Ahnung. Schreibt irgendwelche Ideen rein in die Kommentare. Und dann könnte ich das machen. Und das war's auch schon mit dem Video. Ciao. 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 Ciao.